Das wichtigste Merkmal beim Buggy ist die unkomplizierte und schnelle Klapptechnik. Seine Wendigkeit und das geringe Gewicht sorgen für Flexibilität im Alltag. Er ist bestens für die Großstadt, den Einkauf oder Reisen geeignet, sobald Kinder selbst aufrecht sitzen können. Das Kind sollte genügend Bewegungsfreiheit im Buggy haben. Achten Sie auch auf die Verstellmöglichkeit in Ruhe, Sitz und Liegeposition. Die Höhenfeststellbarkeit ist sowohl bei Schiebern als auch bei Einzelgriffen praktisch. Schwenkbare Vorderräder ermöglichen eine hohe Flexibilität. Sie machen den Wagen wendiger und erleichtern das Schieben. Mit der Feststellfunktion ist auch holpriges Gelände kein Problem. Doppelreifen erhöhen zusätzlich die Stabilität. Eine Feststellbremse muss vorhanden und leicht bedienbar sein. Der 5-Punkt-Gurt mit Sicherheitsverschluss ist Pflicht und ein Bügel sorgt für zusätzliche Sicherheit. Von keinem Teil des Buggys darf eine Verletzungsgefahr ausgehen. Bei Windeln.de finden Sie einfach alles für Ihr Kind. Babypflege, Kinderwagen, Spielzeug, Bekleidung und vieles mehr. Windeln.de – Wir liefern Deutschlands größte Auswahl. Bitte wählen Sie nun aus, zu welchem Kinderwagen Sie gern mehr Details erfahren möchten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wchenkenser.